Wir haben den Weekly Close gesehen und jetzt beginnt der Endspurt, nämlich im November. Wie sieht es wohl hier aus mit Bitcoin? Werden wir tatsächlich jetzt tiefere Tipps sehen oder werden wir doch nochmal zurückschlagen? Wir sehen uns die makroökonomische Lage an, warum es überhaupt aktuell wieder zu einem weiteren Mapverkauf kommt. Wo liegen wir aktuell mit dem Pattern? Welche Tage stehen uns bevor und wo könnte Bitcoin in den nächsten Monaten sein? Alles nach dem Intro. Ja, liebe Freunde, wir starten natürlich wie gehabt mit dem 4. Creed Index. Hier muss man aber aufpassen, denn es spiegelt oder widerspiegelt ein bisschen das Wochenende. Es war eine ruhige Phase, es hat sich alles zusammengeschnürt und konsolidiert bis zum Ausbruchsniveau, wo wir ja sowieso schon hingewiesen haben, dass es nicht mehr lange gehen kann. Hier muss man sagen, wir sind wahrscheinlich eher im Extreme-4-Level, weil natürlich der Wochenschluss hier nicht drauf ist und das Ganze natürlich auch noch in der Nacht passiert ist. Der 4. Creed Index ist natürlich etwas hinterher. Doch was ist denn überhaupt passiert? Warum kam es zum grossen Ausbruch? Das Problem ist, dass jetzt die Menschen in Fernost, wir haben ja schon darüber gesprochen, insbesondere China, wir haben gesagt, hey, Achtung, die ganze Covid-Situation schaukelt sich gerade wieder hoch. Die Leute werden teilweise, ihr könnt das gerne mal googeln auf YouTube oder vielleicht auf TikTok, findet ihr extrem viele Videos, wie die Leute teilweise brutal wieder zurück in die Wohnungen geschleppt werden oder eingesperrt werden, weil es einfach heisst, Ausgangsverbot, wir wollen hier alles relativ einschränken. Und jetzt kommen die Menschen und sagen, nee, stopp, jetzt ist genug, wir haben genug, jetzt wird protestiert. Und das klingt auf der einen Seite natürlich auch richtig und wichtig. Ob sie damit Erfolg haben, kann ich nicht beurteilen. China ist nicht das Gleiche wie hier in Europa. Da haben wir demokratisch mal ein bisschen mehr Kraft oder Wirkung als jetzt in China, wo alles irgendwie mit einem Regime regiert wird. Da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Aber Fakt ist, dass dies natürlich massive Auswirkungen hat auf den Markt, insbesondere auf die Subly Chain Management Geschichte. Ja, Subly Chain Management, für die Leute, die das nicht wissen, ist die Lieferkette. Das heisst, wo wird was produziert. Zum Beispiel Jeans. Jeder Mensch, der eine Jeanshose hat, wird in der Regel in Fernost produziert. Die nennt man übrigens Schlümpfe, die da arbeiten. Die werden ihre Hände nie mal hier weg. Die bleiben blau, deshalb Schlümpfe. Aber das ist eine andere Story. Fakt ist, dass, wenn die Leute nicht mehr arbeiten können, sei es jetzt, weil sie eingesperrt sind oder weil sie produzieren gehen, wird es wieder Probleme geben. Es gibt zwar genügend Asiaten oder anders gesagt sogar Chinesen, aber das bedeutet nicht, dass die jetzt da arbeiten können oder arbeiten werden. Das ist ein Riesenszenario. Ich selbst konnte oder hatte die Möglichkeit, auch schon Einblicke zu bekommen, teilweise bei Foxconn und so. Das ist schon eine ganz andere Liga. Ich glaube, wir Europäer hätten wahrscheinlich innerhalb von zwei oder drei Monaten Burnout. Also komplett was anderes. Fakt ist aber, dass es natürlich jetzt wegen dem Subly Chain Management Problem hier jetzt in diesem Fall natürlich zeigt, dass der Ölpreis bereits schon wieder eingebrochen ist. Der ganze Perle fällt um weitere zwei Dollar jetzt. Und die Frage ist natürlich, reicht das schon oder wird es noch tiefer gehen? Das Problem auch hier jetzt wieder, jetzt müssen wir wieder makroökonomisch denken, sollte der Ölpreis nochmal weiter fallen, steigt weiter der Dollarpreis in die Höhe. Und das ist eben gerade ein bisschen das Gegengewicht vom Dollar. Und das ist genau das Negative für uns, weil wir eigentlich damit nicht grossartig rechnen. Wir haben es auf dem Schirm gehabt, das ist eben gut, dass man immer wieder Medien und Zeitungen liest. Aber jetzt kann es tatsächlich kommen, dass die FED wieder unter Druck kommt und sagt, jetzt müssen wir wieder abwägen. Machen wir jetzt wirklich nur 50? Oder sollen wir jetzt doch 75 Basispunkte machen? Weil der Dollarpreis steigt weiter, wir haben ein Problem mit der Inflation, da müssen wir was tun. Das hängt alles zusammen, liebe Freunde. Und das ist eben wichtig für uns, für den Kryptomarkt. Denn wenn wir das nicht auf dem Schirm haben, dann gibt es wirklich grosse Probleme. Ja, und wenn man den ganzen chinesischen Markt oder asiatischen Markt noch ein bisschen anschaut, dann haben wir ja auch schon wieder öfters über Evergrande gesprochen. Letztes Jahr war es ein grosses Thema, viele Influencer haben darüber gesprochen und dann hat man es irgendwie sinken lassen und nicht mehr darüber berichtet. Und das ist schon wichtig, denn diese Firma kriegt oder hat ja weiteren Druck. Sie haben aktuell eine Unstrukturierung vorbereitet, wo sie eben auch gesagt haben, hey, wir würden das gerne so umsetzen, brauchen aber die Bewilligung der Behörden. Die Bewilligung sollte jetzt Anfang des neuen Jahres kommen. Sollte das natürlich passieren, dann würden sie sich dementsprechend neu positionieren können auf dem Markt. Die wird wahrscheinlich kleiner sein, ein bisschen anders vom Geschäftsmodell. Aber das Gute, es wird nicht in eine Insolvenz gehen. Das wäre zur heutigen Situation natürlich positiv. Die Frage natürlich grossartig, ob sich das halten wird, werden wir natürlich weiter beobachten. Gleichzeitig ist natürlich auch das verlangsamte Wachstum in Indien sehr wichtig. Jetzt denken viele, ja, was hat in Indien mit der ganzen Welt zu tun? Nein, eigentlich sehr, sehr viel. Das Einzige, was eben das Problem dabei ist, da gibt es ja eine massive Bevölkerungsschicht, die keinen Zugang zu Strom, fliessendem Wasser oder sogar Internet hat. Und überlegt mal, was passieren würde, wenn die auch noch Anschluss hätten, dann hätten wir dann richtig Stromprobleme. Aber Fakt ist, dass der Blick hier darauf natürlich wichtig ist, weil für uns das ganze Thema Subly Chain Management ebenfalls betroffen ist. und das kann einfach wieder ein bisschen rütteln in Europa und da müssen wir wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Dazu kommt Neuseeland, die auch noch sagen, ja, wir stehen jetzt vor einer flachen Rezession. Und ich habe ja, vielleicht gibt es den einen oder anderen noch, der sich daran erinnern kann, ich war immer der, der gesagt hat, wir gehen in eine Rezession. Und ich sehe den nächsten Gang für den Bullenmarkt, erst 2024, da stehe ich weiterhin da, weil all diese Fakten, die hier kommen, die bestätigen es leider einfach nur. Und wie jetzt die FED reagieren wird auf all diese externen Beeinflusser, da bin ich sehr, sehr gespannt. Wird auf jeden Fall spannend. Fakt ist, dass Market Mind, meldet der Alarmstufe Rot, ja, also die haben jetzt tatsächlich Angst, auch was, die kompletten Erholungsphasen, die wir gerade hatten, an den Börsen, insbesondere im Westen, da hat man jetzt bereits schon wieder Angst. Oho, Achtung, es kann crashen. Und eben auch der DAX, ja, liebe Freunde, da ist natürlich jetzt gerade ein bisschen Unsicherheit im Spiel. Ich zum einen Teil bin sehr gespannt. Ich finde es eine interessante, spannende Phase, das überhaupt miterleben zu dürfen und das mit euch auch noch teilen zu können. Mein Mindset verglichen mit der aktuellen Lage, die gerade hier ist. Und da müssen wir einfach das Beste rausholen, was eben da ist. Und ja, wenn da natürlich Alarmstufe Rot gemeldet wird, dann müssen wir schon ein bisschen wach werden und ganz, ganz vorsichtig an den Markt herantasten. Ich zu meinem Teil bleibe hier natürlich wachsam, aber es gibt natürlich auch wichtige andere Daten, die dürfen wir natürlich nicht ignorieren, sondern mitnehmen. Auf jeden Fall in dieser Malarmstufe Rot wird eben das Thema Covid behandelt, das haben wir bereits schon gemacht und es gibt auch hier jetzt weitere Ökonomen, die natürlich jetzt sagen, okay, heute spricht ja auch die Lagarde um 15 Uhr, wenn es mir recht ist und da wird natürlich jetzt auch nochmal ein bisschen über den Plan gesprochen. Ich muss aber ehrlich sagen, dass die EZP eher eine kleinere Rolle in dieser Geschichte einnimmt. Die FED ist da natürlich federführend. Wenn jetzt aber die FED kommt und am 15. Dezember sagt, nee, wir machen diese 50 Basispunkte, das würde tatsächlich helfen, dem Markt nochmal Kraft zu geben, es würden wieder Investoren dazu fliessen. Was aber eben passieren könnte, wenn es nur 75 Basispunkte wäre, das wäre dann schon wieder ein enthaltenes Nuss, wo ich persönlich auch, würde dann sagen, bei 75 Basispunkten finde ich das jetzt noch ein bisschen schwierig. okay, es ist natürlich interessanter einzukaufen, aber der Markt, die eigene Volkswirtschaft, so nahe, die Problematik mit dem Bruttoinlandprodukt würde immer steigen und man hätte so ein, wie soll ich es sagen, man hätte so einen Feuerball, der droht zu explodieren. Wenn man da nicht wirklich vorsichtig ist, dann kann es eben komplett Probleme geben. Ja, und eben der schwache Ölpreis, ja, hier steht es auch nochmal, das wird natürlich jetzt schon wahnsinnig, das ist schon der elfte Monatstief, das ist eigentlich völlig verrückt. Naja, wir halten das auf jeden Fall auf dem Schirm, ich mag mich noch erinnern, wo ich damals angefangen habe mit Öl zu handeln, da waren wir bei 40, 42 Dollar, hier erinnern wir von elf Monatstief bei 81 Dollar. Ebenfalls, sehr, sehr spannend. Ja, und wenn man jetzt die Daten ein bisschen anschaut, respektive die Fakten, wie sind es der November, wir haben noch ein paar Tage, ja, dann endet der November, relativ hoch ist, wir reden von 21,25%, wir hatten auch schon 36,57%, das ist von dem her gesehen nicht der grösste Schock. Fakt war, aus dieser Situation heraus, dass wir dann in der Regel den Dezember und sogar noch den Januar eher auch nochmal rot gesehen haben. Also, wir müssen uns definitiv einstellen, dass dieser Kryptowinter definitiv noch in die Länge gezogen wird. Ich hatte letztes Mal die Frage, wann redet man von einem Kryptowinter? Man redet eigentlich von Bärenmarkt zwischen sechs bis 18 Monate, ab 18 Monate, also sollte man da drin sein, dann ist wirklich der Kryptowinter bestätigt. Das bedeutet aber, der Beginn vom Kryptowinter wäre schon ein bisschen davor gewesen. Wann der dann enden kann, könnte theoretisch ohne weiteres zwei Jahre andauern, also wir können zwei Jahre in Bärenmarkt ohne Probleme verweilen, was die normalen Zyklen da waren und es war eben auch nicht immer alles so wie früher und da will ich jetzt nochmal eine Grafik zeigen, da überspiele ich jetzt kurz mein hübsches Gesicht. Aber das ist wichtig, also jeder von euch kennt wahrscheinlich noch Plan B mit seinem Stock-to-Flower, hat auch hier so eine Moving Average Headmap gemacht und das will ich jetzt einfach nochmal zeigen. Viele haben sich immer wieder gestützt, ja, das ist ja wie vom letzten Zyklus. Nein, liebe Freunde, beim letzten Zyklus hatten wir keinen Krieg zwischen zwei grösseren Ländern. Wir hatten damals keine Covid-19-Infektionen von grösseren Viren, ja, ich meine, was es hätte toppen können, wäre Ebola gewesen. Bei Ebola wäre alles komplett den Bach runtergegangen, wenn das weiter hinausgekommen ist. Das konnte man ja damals relativ gut einnehmen. Aber mit Covid-19 hat sich vieles verschlimmert, ja. Denkt die ganze Inflation, die Rettungspakete, haben die Inflation nochmal in die Höhe getrieben. Wir haben weitere Schwierigkeiten gehabt, sei es jetzt mit menschenrechtlichen Sachen, die auf iranischem Boden passiert. Wir haben, obwohl das ja immer da war, aber nichtsdestotrotz haben wir einfach immer wieder Schwierigkeiten gehabt, die on top dazugekommen sind und eigentlich diesen Zyklus anders macht als eben alles davor. Und diese Grafik zeigt das eben wieder, weil hier jetzt die rote Linie eigentlich so die 200er EMA widerspiegelt oder VMA besser gesagt und da ist es eben auch extrem wichtig zu verstehen, Freunde. Das ist ein Thema, viele kommen irgendwie und sagen, ja, der Zyklus beginnt, das war genauso und dann kommt es plötzlich, wir performen seit Längerem unterhalb dieser 200er Moving Average und das ist eben entscheidend. Das war noch nie in diesem Ausmass bei Bitcoin der Fall. Er hat natürlich hier verschiedene Farben, wo er sagt, bei Rot solltest du Bitcoin verkaufen, bei Gelb nochmal vorsichtig sein, bei Blau hudeln und bei Violett richtig einkaufen. Das ist so ein bisschen Plus Minus die Legende dieses Headmap. Aber, ja, es zeigt uns einfach wieder, liebe Freunde, das hat nichts mit alten Zyklen zu tun und ihr müsst mittlerweile in der Lage sein, bereiter zu denken. Wir müssen die Medien lesen, oder zumindest hört ihr halt zu, was ich sage, aber wenn ihr das nicht tut und ihr investiert einfach blauäugig in ein Asset und das spielt keine Rolle, ob es Rohstoff ist, ob es Krypto ist, ob es Devisen sind oder was auch immer, es spielt tatsächlich keine Rolle. Ihr müsst lesen und verstehen, was da euch gesagt wird und das versuchen zwischen den Zeilen zu lesen, nicht immer nur die fixen Sätze und dann euer gesunden Menschenverstand ein bisschen ankurbeln, vielleicht ab und zu ein gutes Stück Fisch essen, das hilft oftmals, aber ihr müsst ein Mindset haben, dass ihr verstehen könnt, wohin der Markt sich bewegen kann und wohin er sich hinbewegen kann, das schauen wir uns jetzt in der Chartanalyse an. So, bevor wir in den Vierstundenchart reinswappen, schauen wir uns natürlich noch mal kurz den Weekly Chart etwas genauer an. Also hier haben wir das mal ein bisschen gross. Wir sind immer noch in der Phase der Welle Vier. Wir haben darüber gesprochen. Global gesehen oder übergeordnet gesehen sieht es aktuell sehr interessant. Was auch vor euch ist, für die, die neu dabei sind, da seht ihr natürlich aktuell die Elliot Wave mit der Welle Eins, Zwei, Drei und eben Vier, die in Bildung ist. Diese vierte Welle darf nicht unter 13.900 sein, das sehen wir hier im High, da war das 13.880. Sollten wir 113.900 sein, überschneiden wir Welle Eins und die Elliot Wave wäre nicht dick. Anhand den Fibonacci-Tools, die wir haben, wäre aktuell mit dem Tief, das wir gebaut haben, die Welle Fünf plus minus eben Mitte Juli zustande gekommen, obwohl hier, wir haben hier natürlich eine gewisse Range. Also diese Range ist natürlich, ich sage jetzt mal, relativ breit geflossen, aber man geht in der Regel vom goldenen Schnitt aus, plus minus hier, wird sich dies bewahrheiten und da liegt es per heute noch bei zwischen 80.000 bis 100.000 Dollar, wo Bitcoin hinkommen kann. Er darf halt hier jetzt eben nicht brechen, weil wir gleichzeitig natürlich ein Szenario haben, wir haben die Elliot Wave und gleichzeitig ein Ascending Triangle, was wir bilden, aber wir haben auch gleichzeitig Indikatoren, die uns warnen, Achtung, das ganze Weekly oder die Elliot Wave kann uns etwas um die Ohren fallen. Man muss auch hier aufpassen, das habe ich hier letztens schon mitgeteilt, wir haben hier einen Punkt, wo wir sehen, dass die MECD wieder ambulische Kraft verliert, sei es bei der kurzfristigen, natürlich eben auch bei der langfristigen und hier die langfristige nudelt sich schon ein bisschen rum, die kurzfristige sagt uns eigentlich, Achtung, der Bayerische Cross passiert, das Positive in diesem Bereich ist natürlich, dass wir auf der Bayerischen Seite den Cross sehen, das bedeutet natürlich nichts Schlimmes und wir haben weiterhin hier die Signale von der JRSA, die uns sagt, hey, wir können beginnen mit der Akkumulation von Bitcoin, also für jeden Hodler sind wir aktuell in einer interessanten Phase, sollte dieser Cross jetzt aber stattfinden, das heisst, die J-Ribbon, diese mehreren Regenbogenfarben, die ihr hier oben seht, wenn die sich durch die MA2 und 300er crossen, dann wird es tatsächlich hier nochmal spärisch und wir können tatsächlich nochmal tiefer fallen, ich habe jetzt einen Punkt nicht erwähnt, aber das ist wichtig, dass ich das mit dem Chart erwähne, sollte zum Beispiel Taiwan nochmal ein Thema werden, dann Freunde, würden wir hier relativ runter, schnell runterfallen, mindestens auf die Höhe von Welle 2, wenn nicht sogar hier aufs Nuller Fibonacci zurück, also dann wären wir so ungefähr bei 3100 Dollar, das sind tatsächlich reale Szenarien, da muss man natürlich aufpassen, sollte das eben nicht halten, dann fallen wir natürlich nochmal tiefer und das schauen wir uns dann gleich an, im 4-Stunden-Job, bevor wir das machen, schauen wir jetzt nochmal kurz hier in den Dollar hinein, schauen wir uns ohne die Liquidation Candles, die können wir weglassen, so, also, wir haben beim Dollar ja damals gesagt, wir machen hier diese Bewegung, diese Bewegung haben wir ja auch gemacht, das können wir jetzt wegnehmen, aktuell immer noch spannend, denn wir dürfen einzig vergessen, wir haben eigentlich ein bärisches Signal hier gehabt, mit dem Cross der 200 und 300er, und wir haben auch gesehen, wie wir hier weiterhin an Volumen verloren haben, das bedeutet eigentlich aktuell, wenn man den ganzen Chart ein bisschen anschaut, wir haben gerade einen Bullischen Cross gesehen, das ist richtig, aber wir gehen gerade Richtung der RSI wieder Richtung Mittelfeld und das bedeutet, wir können in beide Richtungen relativ schnell hin und her swappen, was wir hier nicht brauchen, das ist das Volumenprofil, weil das ist eigentlich irrelevant beim Dollar, hier ist es schon eher medienabhängig, was man aufpassen muss, ist, dass wir hier kein Falling Wedge bilden, das müssen wir dann noch ein bisschen aufpassen, das würde uns dann natürlich nochmal bedeuten, wir würden hier weiter nach oben gehen, ein bisschen aufpassen, wie wir das Ganze hier ein bisschen zeichnen werden, aber wir lassen mal die obere Trendlinie stehen, damit wir sehen, ob es vielleicht sogar zu einer Überwindung eines Kreuzwiderstandes kommt, das würde wieder betonen, wir müssen hier nach oben ausbrechen, hätten bei 106,76 wieder den nächsten Widerstand, der auf uns wartet, aktuell ist es natürlich immer noch so, steigt der Dollar, fällt Bitcoin, also muss das Ziel sein, dass der Dollar wieder abgeschwächt wird, damit Bitcoin wieder steigen wird. Wenn wir jetzt ins 4-Stunden-Short-Szenario reingehen, dann haben wir aktuell Folgendes, was passiert ist. Wir müssen mal darüber reden, was haben wir überhaupt gesehen. Fakt ist, dass wir hier eine Möglichkeit hatten, einen Kreuzwiderstand zu durchbrechen. Kreuzwiderstand kann tatsächlich vorkommen in einem Resending Triangle, das bedeutet, hier wäre eigentlich der Ausbruch möglich gewesen Richtung R1, vielleicht nochmal darüber, optimal wäre eine Bestätigung gewesen, hätten wir hier bullische Kraft zurückgewonnen. Fakt aktuell ist, und jetzt schauen wir uns zuerst die MECD an, die kurz, wie aber auch die langfristige, weil das ist schon ein bisschen wichtig jetzt auch, dass wir das hier verstehen. Hier sehen wir, dass die bärische Kraft hier weiter zunimmt. Jetzt kommt natürlich die Angst dazu, Alarmstuf für Rot, da wurde gemeldet, an den Börsen. Jetzt ist natürlich sehr viel Unsicherheit da. Wird es reichen, ja oder nein? Und jetzt seht ihr diese gepunkelten Linien hier in verschiedenen Farben, das sind die Liquidations Levels, die aufgebaut sind. Und hier haben wir zwar bereits diese hier abgeholt, aber hier unten hätten wir noch. Und der Ausbruch aus dem Desending Triangle würde uns Richtung 13.900 Dollar senden. Und ich möchte euch nochmal erinnern, was ich gesagt habe. 13.880 wäre der absolute Tiefpunkt, den wir erreichen dürften. Tiefer sollte es nicht gehen. Und das hier eben aktuell ist natürlich spannend. Und wenn man jetzt kommt und sagt, ich würde gerne jetzt wissen, wie sollte ich hier jetzt dementsprechend hier akkumulieren, da gibt es verschiedene Tricks. Ihr habt jetzt die Möglichkeit mit der Fibonacci zu sprechen, dann habt ihr die Chance und das ist immer sehr schön zu sehen, dass das 0.820 eigentlich immer an der Nähe des Ausbruchsniveaus ist, weil das sagt mir immer, ja, wir brechen durch, ja oder nein, dann habt ihr zum Beispiel Chancen, hier gewisse Entries zu setzen, für einen Long-Aufbau. Der Long-Aufbau wäre natürlich im Zusammenhang mit dem Compounding sehr interessant und sehr wichtig und das würde uns natürlich massive Profite einschenken, würde das natürlich hier passieren. Also hier muss man sehr, sehr gut aufpassen, die Augen gut, gut bereithalten für solche Geschichten, wird auf jeden Fall interessant. Fakt ist aber, dass wir hier jetzt erst mal mal schauen müssen, wie wir uns hier weiter entwickeln ein Pattern in Pattern gibt es natürlich auch noch, wir hatten diesbezüglich auch noch im Coaching letztes Mal noch das Rising eingezeichnet gehabt, da sind wir jetzt aktuell auch durchgebrochen, aber Fakt ist, dass wir hier jetzt eigentlich diesen Kreuz wieder schon nicht geschafft haben, also wir sind hier eigentlich praktisch abgelehnt worden, sind zurück, der Widerstand ist aber auch immens hoch, hier gerade das sieht man hier im Volumenprofil, der ist aktuell sehr, sehr schwierig zu durchbrechen, ja und hatten jetzt eigentlich ein Tiefgebild und meiner Meinung nach war das das noch nicht, also wenn man das Ganze jetzt hier anschaut, zeigt es hier jetzt vielleicht noch für eine kurze Erholungsphase, dann erreche ich tatsächlich noch mit einem dritten Attachment hier unten auf dem Boden, dann wäre es ein Dribble Button, das könnte noch mal Kraft nach oben geben oder eben, wenn das nicht passiert, würde es uns zu einem Ausbruch manövrieren, der uns hier nach unten schenkt, ja und ihr habt auch die Möglichkeit gleichzeitig mit der trendbasierten Fibonacci zu arbeiten, es gibt natürlich eine bullische und natürlich auch eine bärische Variante, die bullische Variante ist, ja wir gehen von zweimal unten, ja, nach, also zweimal unten geht nach oben, da haben wir das 0707, 0866 hier schon eingezeichnet gehabt, das wäre natürlich entscheidend gewesen, dass man das hier geschafft hat, aktuell auch hier ziemlich auf dem 0236, der trendbasierten Fibonacci gestoppt, ebenfalls sehr, sehr interessant, wenn man aber die bärische Seite anschauen will, dann sieht das ganze Spiel natürlich etwas anders aus, dann würde man hier vom letzten High, das man hatte, zum nächsten Low-Low und wieder zum nächsten High-R-High, das ist diese weisse, diesen weissen Docht, wenn man hier jetzt anschaut, dann kann man dies ebenfalls nochmal nutzen und sagen, okay, das 0866 wäre tatsächlich bei 15.150 Dollar, also das könnt ihr ebenfalls mitnehmen, wäre hier eine gute Variante das einzubauen oder eben hier das einer dann mit dem 04, mit 14.000 Dollar, 835 Dollar und was ihr auch noch machen könnt, ist natürlich im Stil, habt ihr die Möglichkeit nochmal den goldenen Schnitt einzubauen, da wären wir jetzt tiefer, als man eindringen sollte, man hätte hier noch das 1.414 und das 1.272 Level, das wäre dann relativ auf der Nähe von dem, was wir uns erwarten, sollen wir hier tiefer fallen, holen wir zwar noch diese ganzen Liquidations Levels ab, aber liebe Freunde, dann wäre tatsächlich die Elliott Wave nichtig und man müsste sie tatsächlich neu justieren respektive neu berechnen, justieren geht schlecht bei der Elliott Wave, aber ja, so ist aktuell der Plan, von dem haben wir ja schon letzte Woche gesprochen, wir haben diese bullische Varianten und wir haben die bärische Varianten, aktuell Tendenz eher bärisch als die bullisch, wir haben ja nicht geschafft über den Kreuzwiderstand zu kommen, wir halten das aber weiterhin im Blick und schauen dann, wie sich es weiterentwickelt, so, mehr gibt es dazu nicht zu sagen, ich wünsche euch alles, alles Liebe, sage Tschüss aus der Schweiz, danke fürs Zulogern, lern schon mal einen Daumen da und bis zum nächsten Video, Tschüss zusammen. Tschüss.